Willkommen bei Klaus Grill. Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. So, wir haben hier auf jeden Fall Sucuk geschnitten. Hier sind auf jeden Fall zwei, drei, vier, das ist ein Finger, glaube ich. Ein Sucuk Finger. Das letzte Sucuk Toast Video ist mega gut bei euch angekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und deshalb dachte ich mir, dass ich jetzt ein Special Video mache. Ein Special Meshel Video. Und zwar das beste Sucuk, äh, wer ist das? Sucuk Sandwich auf der ganzen Welt. Dann auf jeden Fall tun wir hier das Sucuk erstmal auf Grill. Klaus Grill. Wäre ja nicht so, weil sonst fliegt das später rein. Hier haben wir extra... Ach, ist schon ganz oben. Hier haben wir auf jeden Fall so ein Teil, damit das nach oben... Ja, ihr wisst schon, was ich mache. Oh, ihr riecht natürlich Sucuk immer. Was machen wir hier? Was machst du das? Wir warten auf jeden Fall, bis das Sucuk ein bisschen angebraten wurde. Dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Was ich noch vergessen habe. Und die teste ich nicht mehr. Das sind wir auf jeden Fall nicht vergessen. Ist das scharf? Werden wir ja dann sehen. Auf jeden Fall haben wir hier noch Maroni. Das müsst ihr auch auf jeden Fall anbraten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das scharf ist oder nicht. Werden wir ja später sehen, wenn ich auf der Toilette bin. Dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich. So Leute, das Sucuk ist ein bisschen angebraten. Zack. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Und zwar müsst ihr euer Fladenbrot drauf machen. Zack. Warum ich das mache, werdet ihr jetzt sehen. Zack. Das ganze Öl jetzt biberon musch mal. Bisschen angebraten. Der hier, der ist für dich. Denn Klaus hat mir seinen Grill rausgeliehen. Deswegen wollen wir auch noch mal Heile zurückgeben. So jetzt nimm auf, wie ich das aufmache. Mach so. Dann machst du auf. Was? Sing das. So hier seht ihr, das Käse ist geschmolzen, Alter. Kiparoni ist auch fertig. So. Aber den Stil musst du wegmachen. Junge, ist richtig knusprig. Hattet ihr das? Ja, nicht hoch, Junge. Hier ist auf jeden Fall noch Salat, was wir dann auch noch reintun. Leute, vertraut mir, das ist richtig geil. Ich habe noch nie so was geiles gegessen. So. Zack. Aufmachen. Zack. So. 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 Sucuk schmeckt richtig geil, aber Boah Boah Acke dann Das riecht scharf Boah Das riechtig scharf, man Schmeckt richtig geil Schmeckt unnormal geil Aber Es ist ein bisschen zu scharf Aber die scharfe bockt irgendwie Mit Sucuk zusammen bockt das irgendwie Darf ich jetzt auch ein bisschen? Dafür, dass du Karsten ersetzt, darfst du natürlich auch ein bisschen Macht's auf jeden Fall zu Hause nach, Leute Schmeckt auf jeden Fall unnormal geil Also probiert's auf jeden Fall Achtet, dass ihr jetzt nicht so scharfe Peperoni nehmt Oder doch, nehmt scharfe Peperoni Weil das bockt übelst Das war's auf jeden Fall mit dem Video Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst mal ein Like da Vergisst mich nicht zu abonnieren Und die Glocke einzuschalten Damit ihr immer benachrichtigt werdet Wenn ich ein neues Video umlade Ja, lasst auf jeden Fall auch ein Abo Bei Klaus da Weil der hat mir seinen Grill ausgeliehen Einfach Bobba's Grill, wie der Klaus Was? Ja, damit würde ich sagen Lasst mich jetzt in Ruhe essen Bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal Ja, damit würde ich nicht das Eher Ja, damit vos Ja, damit würde ich Es bleibt Seht, ja damit Zatachatar 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 Zotachetar Zatachetar